Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal den Kreislauf, also den sich wiederholenden Prozess, erläutern, wie Sie eine Google AdWords Kampagne optimieren können. Sie starten mit dem Planen Ihrer Kampagne. Dort legen Sie Keywords fest, Anzeigengruppen fest, legen Gebote fest und auch Anzeigentexte, das heißt, Sie verfassen Anzeigen. Wenn das läuft, dann können Sie über mehrere Anzeigen in einer Anzeigengruppe eben testen, welche Anzeige funktioniert besser, welche Positionen erhalten Sie im Rahmen einer Anzeigengruppe für bestimmte Keywords, müssen Sie da eventuell noch mehr Budget pro Klick, also Kosten per Klick anpassen. Und das Ganze können Sie dann eben im nächsten Schritt auch messen, das heißt, Sie messen die Performance, also wie hoch sind die Werbeeinblendungen im Verhältnis zu den Klicks, wie verhält es sich bei einzelnen Anzeigengruppen im Verhältnis zu einer anderen oder auch zwischen Kampagnen, welche Kampagne ist besonders erfolgreich und welche weniger. Und auch da können Sie dann eben wieder anpassen. Das erfolgt im vierten Schritt bei der Optimierung. Dort können Sie also Gebote, Keywords, Anzeigentexte überarbeiten, auch Landingpages analysieren und eventuell anpassen. Und damit ist das Ganze aber nicht zu Ende, sondern Sie starten dann eben wieder bei der neuen Planung. Das heißt, es kann sein, dass sich über die Optimierung ergeben hat, dass Sie wieder neue Kampagnen oder einzelne Anzeigengruppen anlegen müssen, die eventuell etwas allgemeiner formuliert sind oder spezifischer. Sie können auch einzelne Anzeigengruppen rausnehmen, weil Sie feststellen, die funktionieren in der Form überhaupt nicht, erzeugen nicht genügend Suchvolumen beispielsweise. Das heißt, Sie starten von Neuem und gehen diesen Kreislauf vom Planen übers Testen, Messen und Optimieren erneut durch. Und das sollten Sie auch fortlaufend machen. Das heißt, die Optimierung einer Kampagne ist niemals abgeschlossen, sondern das ist ein fortlaufender Prozess, in dem Sie eben versuchen, die Klickraten, die Click-Through-Rate zu erhöhen, die Conversions zu optimieren und so weiter. Das ist wichtig zu beachten. Also es ist nicht damit getan, eine Kampagne aufzusetzen und laufen zu lassen, sondern dem gefolgt ist ein kontinuierlicher Optimierungsprozess, wo Sie eben aus den Klicks, den Sie generieren, Erfahrungen sammeln und die wieder mit einfließen lassen in die Optimierung Ihrer Kampagne. Und da geht's. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020